Hallo! In diesem Video geht es darum, das Lightboard auf die richtige Höhe einzustellen. Das Lightboard ist elektrisch höhenverstellbar und die Schalter hierfür befinden sich rechts unterhalb der Tischplatte. Ich kann das Lightboard somit elektrisch nach unten fahren oder nach oben. Wie man sieht, muss man die Einstellungen der Kamera, also den Neigungswinkel der Kamera, an die Höhe des Lightboards anpassen. Also immer wenn man die Höhe des Lightboards verstellt, muss man auch manuell den Neigungswinkel der Kamera umstellen. Als optimale Höhe empfehlen wir ungefähr die Ellbogenhöhe der Person. Das heißt, ich sollte hier das Lightboard nach unten stellen, und jetzt ist die Tischkante in etwa auf Höhe meines Ellbogens. Somit kann man alle Ecken des Lightboards gut und angenehm erreichen.